Musik Warema Renkow SE ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sonnenschutzlösungen für Gebäude. Das in Deutschland ansässige Familienunternehmen beschäftigt ca. 3500 Mitarbeiter. Wie in allen Bereichen wird auch im Bereich der Blechfertigung besonderer Wert auf Flexibilität bei höchstmöglicher Automation gelegt. Als Ende der 90er Jahre die erste FinPower Stanz-Winkelscheren-Kombinationsmaschine eine LVD-Stanzmaschine ersetzte, hatte Warema bereits präzise Vorstellungen bezüglich dieses Produktionsbereiches. Vollautomatische Erstellung und Dokumentation des Kannteils ab Stückzahl 1. Da andere Anbieter nur Teillösungen liefern konnten, entschied man sich für eine Kooperation mit WICAM und in wenigen Monaten wurde die erste Lösung entwickelt. Am Anfang der Prozesskette steht der Import der Aufträge aus dem selbstgeschriebenen ERP-System. Über das Variantenmodul in PN4000 werden dann die Einzelteile generiert und zusammen mit anderen Aufträgen für das entsprechende Material verschachtelt. Für maximale Materialnutzung wird nun jede Tafel auf das exakte Teilemaß gekürzt. Sollte die Materialnutzung noch zu gering sein, kann der CAD-CAM-Programmierer weitere Aufträge laden und den Schachtellauf erneut durchführen. Herr van Deven, Leitertechnik. Dadurch liegt die durchschnittliche Materialnutzung bei über 90%. Der Vorteil gegenüber dem klassischen Schachteln auf Standardformate ist mindestens 5%. Basierend auf dem Materialeinsatz in diesem Bereich liegt nur durch dieses PN-Modul eine Einsparung von 250.000 Euro pro Jahr vor. Im weiteren Prozess steuert PN4000 die individuelle Kennzeichnung mit der selbst konstruierten Prägeeinheit. Nach dem Stanzen und Scheren erzeugen die an den Einzelteilen hinterlegten Kantinformationen die Biegeprogramme für die Kantautomaten. Durch die automatische Rückmeldung der CNC-Steuerungen der erfolgten Produktionsschritte an PN4000 hat die Arbeitsvorbereitung in Echtzeit den aktuellen Produktionsstand. Und Eilaufträge können per Mausklick in Sekunden prozesssicher eingeschoben werden. Im Laufe der Zeit wuchs die Produktion bis auf heute drei Stanzscherenbiegellinien. Durch den automatischen Multipostprozessorlauf können die Aufträge beliebig zwischen den Fertigungslinien mit unterschiedlichen Steuerungen und Softwareständen jederzeit umdisponiert werden. Die nächste Maschine ist auch schon bestellt. Ab Sommer 2016 wird eine neue Prima Power SBE8 die Produktion weiter verstärken. Herr Stefan van Deven, WICAM ist ein wesentlicher Baustein für den Erfolg unseres Unternehmens. WICAM bietet bezüglich Automation und Flexibilität eine starke Standardsoftware. Besonders im Bereich Industrie 4.0 wurden die dynamischen Prozesse unserer Firma nicht nur unterstützt, sondern vielfach auch durch vorhandene Lösungen oder kreative Anregungen vereinfacht. WICAM bietet ein wesentlicher Baustein für den Erfolg unseres Unternehmens. WICAM bietet ein wesentlicher Baustein für den Erfolg unseres Unternehmens. WICAM bietet ein wesentlicher Baustein für den Erfolg unseres Unternehmens.